Yo Leute, was geht ab? Hier ist wieder Dan28 mit Danamon. Herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Dieses Mal werde ich wieder mal nach sehr, sehr, sehr langer Zeit ein Meinungsvideo machen. Richtig. Und in diesem Video geht es nämlich darum, wie ist meine Meinung zu bestimmten Aussagen bezüglich, Achtung, ist YouTube ein Beruf oder ist er kein Beruf? Ich bin auf diese Idee gekommen, weil ich, äh, ist das schon länger her, aber ich habe schon öfters mal die Aussage gelesen, in, also zwar nicht bei, also ich bin nicht betroffen bei dieser Aussage, aber ich habe es von Kommentatoren auf Facebook oder so gelesen bei bestimmten Posts von anderen Leuten, die dann gesagt haben, dass YouTuber sein bzw. Influencer sein kein Beruf ist. Also eben, wenn du zum Beispiel YouTube machst und damit Geld verdienst, ist es laut manchen Leuten kein Beruf oder aber auch mit Instagram oder was auch immer. So, und jetzt kommt eben meine Meinung nach so. Also ist meiner Meinung nach YouTube ein Beruf oder ist es kein Beruf? So, es ist für mich zweiseitig, denn zum einen ja, zum anderen nein. Zum Beispiel, ist YouTube für mich ein Beruf? Antwort, nein. Grund dafür ist, ich verdiene ja kein Geld mit YouTube, also kann es für mich natürlich ein Beruf sein. Somit ist es für mich zur Zeit eher wie ein Hobby. Ja, also es ist für mich eher wie ein Hobby, aber ich versuche YouTube zum Beruf zu machen. Ja. Und wenn ich dies erreicht habe und mit YouTube Geld verdiene, dann ist YouTube mein Beruf. Und wenn eben, wenn Leute kommen und sagen, nein, YouTube ist kein Beruf, dann stelle ich mich eher die Frage, warum ist YouTube kein Beruf? Nur, weil du nicht den ganzen Tag von morgens bis abends hart arbeiten tust, dir den Körper kaputt machst. Demnach wäre Schauspieler sein auch kein Beruf, weil du stehst ja nur vor einer Kamera und laberst irgendwas. Und zwar ein Skript, aber trotzdem, das ist ja dann ähnlich wie ich hier zum Beispiel, nur als Beispiel. Oder auch Musiker wäre dann auch kein Beruf, weil der macht ja nur irgendwelche paar Töne. Das ist ja nicht harte Arbeit. Stimmt eigentlich. Stimmt natürlich nicht, aber immer in dem Vergleich, das ist ja kein Bauarbeiter oder ein Handwerker oder sowas in der Art halt. Ja. Aber auch ein Künstler wäre dann kein Beruf. Weil, ja. Also demnach ist meiner Meinung nach YouTube auch ein Beruf. Nur halt natürlich nicht für jeden. Also nicht, wenn du direkt YouTube machst, hast du direkt YouTube als Beruf. Also ich könnte jetzt auch nicht sagen, dass YouTube für mich ein Beruf ist, sondern eher ein Hobby. Ich den Kanal allerdings nicht eben aufbaue wie ein Hobbykanal, sondern eher wie ein beruflicher Kanal, weil ich es eben ja irgendwann schon wieder mit Geld verdienen möchte. Ja, weil ich eben das mache, was mir Spaß macht. Und man sagt dir immer, du das im Leben, was dir Spaß macht. Und genau, YouTube macht mir Spaß. Jetzt aber zum Beispiel eben auf der Baustelle zu sein den ganzen Tag oder so, das würde mir nicht Spaß machen. Und vor allem dann nicht im Sommer bei 35 Grad Hitze. Nein. Aber es ist halt so. Also meiner Meinung nach eben ist YouTube ein Beruf und gleichzeitig eben nicht. Weil wenn man mit etwas Geld macht und es legal ist, ist es ja ein Beruf. Es geht nicht darum, dass du auf der Baustelle sitzt, dass du hinter dem Lehrerpult sitzt, dass du im Kindergarten sitzt, dass du in der Küche sitzt, also am Herd, das Koch halt eben, dass du das Gesetz verteidigst, dass du das Feuerlöschen tust, dass du Leute rettest, dass du die Leitungen reparierst oder so. Also es ist natürlich ein wichtiger Beruf oder so. Aber es geht im Leben eigentlich nur darum, Geld zu verdienen. Es geht darum, für den Einzelnen Geld zu verdienen, damit er überleben tut. Und Leute, mit YouTube könnte man das. Nochmal, ich kann es nicht, weil natürlich verdiene ich kein Geld. Aber guckt euch mal jemanden an, wie Montana Black zum Beispiel. Okay, er ist kein YouTuber, er ist ein Twitch-Streamer. Aber das ist dann auch wieder dasselbe. Auch Twitch ist dann auch ein Beruf, wenn man damit Geld verdient. So hat TikTok kein Beruf sein. Im Ganzen nennt man das einen Influencer und die können dann auch ein Beruf sein. Das wäre aber auch so wie, genau, Modeln. Ein Model wäre dann auch kein Beruf. Dann macht er nur ein paar Fotos. Also, und deshalb, ich bin der Meinung, auch Influencer sollte als Beruf akzeptiert werden. Zwar nicht gefördert werden, also nicht irgendwie, ja, wie, so der perfekte Influencer oder sonst irgendwas. Oder irgendwelche Schulen für Influencer, das bräuchte man jetzt wiederum nicht. Also nicht staatlich gefördert. Ja, also zwar habe ich vor, wenn ich erfolgreich werde, würde ich zwar schon sagen, wie ich es gemacht habe. Um andere dann auch zu helfen. Aber so oder so, ja, also ich würde schon sagen, es ist ein Beruf. Aber, und es muss auch so akzeptiert werden. Zwar nicht gefördert werden. Weil natürlich muss immer noch die Wirtschaft laufen und sonst irgendwas klar. Wenn jetzt jeder plötzlich Influencer wäre, dann kommt nämlich übrigens der Nachteil. Dann geht die Wirtschaft den Bach runter. Und vor allem, dann verliert es vor allem seine Bedeutung. Wenn jeder plötzlich berühmt ist, dann gibt es nichts mehr Berühmtes. Na ja, auf jeden Fall würde ich jetzt sagen, das war es wieder mit dem Video. Bis zum nächsten Mal und Tschüss.